Meine Freunde der großen Rebellion und ich für die Ehre von Greyskull! Ich bin She-Ra! She-Ra! Schwer zu lasso! Wie heißt es so schön, Kumpel? Einmal ist so schön wie keinmal! Jetzt ist es aus mit dir! Hey, lass uns runter! Oh, aber gerne! Für die Ehre von Greyskull! Vorwärts, Swiftwind! Unsere Freunde sind in Gefahr! Emma, meinst du nicht, wir sollten mehr Licht in ihr Dasein bringen? Mit Vergnügen! Halt dir die Augen zu! Bei der magischen Kraft dieses Schlosses befehle ich, böser Fluch weiche von uns! Es ist viel geschlagen! Aber warum? Warum? Schert euch zurück in eure Löcher, Soldaten der Hordes! Heute Nacht werdet ihr Bright Moon nicht erobern! Hurra! Wir haben gesiegt! In diesem Fall ist es besser zu geben, als zu nehmen! Deshalb schicke ich dir den Betäubungsstahl postwendend zurück! Glimmer! Wo Feuer ist, Hordak, da gibt es auch Rauch! Den kriegt ihr von mir! Ich kann nichts mehr sehen! Ich kann nichts mehr sehen! Natürlich kannst du nichts sehen, du dumm Kopf! Wir sind von einem Rauchpfeil getroffen worden! Jetzt können wir uns in Sicherheit bringen! Das ist noch ein wenig. Man braucht es nur ein bisschen zu vereisen! Vielen Dank, Froster! Ich kann es gar nicht erwarten! Was läuft! Also, los! Ja, falls wir das Zauberbuch von Shadow Weaver zurückholen können, kann ich den Schlafnebelzauber eventuell rückgängig machen. Dann müssen wir einen Weg finden, um zu Shadow Weaver zu gelangen. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß, wie wir uns in die Fright Zone einschleichen können. Worauf warten wir dann noch? Fright Zone, hier kommen wir. Wir wissen, dass die Kinder in der Schreckenszone sind, aber wir wissen nicht wo. Ich werde euch helfen. Ich habe sie gesehen. Sie sind jetzt Gefangene der Monsteroiden. Ich wusste, dass die uns Schwierigkeiten machen. Ja, aber die kleinen Roboter-Menschen bringen die Kinder gerade in Sicherheit. Roboter-Menschen? Meinst du die Menschinnen? Genau, aber sie werden sicher Hilfe brauchen. Die Monsteroiden sind nämlich ungeheuer stark. Keine Sorge, Pika-Blue. Die werden wir schon in die Schranken beißen. Aber bis es soweit ist, lasse ich es erst ein bisschen frühmühlen werden. Aber nein, Perfumer. Weihnachten ist doch im Winter. Was? Im Winter? Na gut, dann hole ich den Winter schnell wieder zurück. Perfumer, das hast du toll gemacht. Na schön. Dizzle-Dazzle? Dizzle-Dumm? Stimmen die Bösewichte doch ganz einfach um. Es tut sich nichts, Madame. Du hast den Boden in Gummi verwandelt. Mhm, wie wahr, wie wahr. Gebt sofort Alarm! Ketra greift an! Ein Luftangriff! Seid ihr alle bereit? Bogenschützen bereit, Königin Angela! Es ist soweit. Wir müssen wieder einmal für unsere Freiheit kämpfen. Bist du bereit, meine Tochter? Ja, Mutter. Alles für Bright Moon! Für Bright Moon! Wir sind gleich da! Bright Moon wird fallen, noch bevor der Tag zu Ende geht. Wir sind abgeziemet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017